Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch It's a Balloon vor. It's a Balloon ist ein Spiel vom Autor Mads Flow mit Illustrationen von David Schneider. Es ist für drei bis acht Spieler ab acht Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist beim PD-Verlag erschienen. Jeder Spieler erhält ein Zeichentablo sowie einen Stift. Reihum und abwechselnd sind die Spieler mit Erklären an der Reihe. Ist man Erklären der Spieler, so zieht man eine Wortkarte. Diese zeigt zwei Begriffe, von denen man sich jetzt geheim einen aussucht. Die Sanddur wird umgedreht und der erklärende Spieler fängt an, den Begriff bei sich geheim zu zeichnen. Dabei erklärt er den anderen, was er zeichnet, sodass diese mitzeichnen können. Der Spieler darf einfache Formen wie Linien, Halbkreise oder Punkte nennen, sowie Richtungsangaben. Außerdem darf er die Symbole auf dem Plablo zur Orientierung nutzen. Sobald ein Spieler der Meinung ist, dass er den gesuchten Begriff erkennt, schreibt er seine Lösung auf sein Tableau. Ist er der erste bzw. der zweite, schnappt er sich den goldenen bzw. silbernen Marker aus der Mitte. Hat man einen Marker, so darf man an seinem Begriff nichts mehr ändern. Sobald die Sanddur durchgelaufen ist, muss der Erklärende Spieler mit seiner Erklärung aufhören. Alle Spieler, die noch keinen Marker haben, dürfen aber noch so lange über den Begriff nachdenken, wie sie wollen. Haben alle einen Begriff, wird aufgelöst. Der Erklärer erhält für jeden richtigen Tipp einen bzw. zwei Punkte, falls er den unteren Begriff der Karte gewählt hat. Maximal aber insgesamt fünf Punkte. Jeder, der richtig geraten hat, erhält einen Punkt. Hat man dabei den goldenen bzw. silbernen Marker, erhält man zwei bzw. einen Extrapunkt. War jeder Spieler einmal Erklärer, ändert das Spiel und derjenige mit den meisten Punkten gewinnt. Ja, das Spielprinzip finde ich absolut genial, weil es so einfach ist und so viele Emotionen auslöst, so viel Spaß einfach macht, dass einer da irgendwie sagt, jetzt zeichnen wir das und das und das und das. Und eigentlich total klar ist für denjenigen selber, was er da gerade zeichnet und alle irgendwie so, hä? Und zeichnen irgendwas und man sieht nicht, was die zeichnen, wie weit die sind, ob die mitkommen und irgendwann ist halt die Zeit um und man denkt, ja, ist doch ganz klar, hier ist eine Ente oder sowas. Und alle anderen so, hä? Aber irgendwie ein paar haben es dann doch erraten und ein paar haben was komplett anderes und das ist einfach ein Spiel oder eins von diesen Spielen, wo es wirklich nicht auf die Punkte drauf ankommt, sondern auf diesen Spielspaß, auf diese Gruppenzusammenhalt und so. Obwohl es jetzt gar nicht kooperativ ist, aber dieses alle zeichnen und diese Geräusche, die dann kommen und diese Emotionen, die dann kommen, das ist hier absolut genial. Auch wenn ich trotzdem ein paar kleine Kritikpunkte habe und zwar zum Beispiel bis zum Schluss immer nicht ganz klar, was man jetzt genau sagen darf oder nicht, weil sie sagen halt sowas wie einfache Formen, wie Dreieck und Viereck sind erlaubt, aber komplexere Formen, wie Wellenlinie zum Beispiel nicht. Jetzt frage ich mich, ist jetzt eine Wellenlinie, eine komplexere Form, wie jetzt ein Dreieck oder Viereck und so, also das war so ein bisschen schwammig, finde ich bei so einem Spiel jetzt aber nicht so schlimm, weil im Affekt redet man eh irgendwie und beschreibt es. Und man darf zum Beispiel auch nicht rechtwinklig sagen, finde ich schwierig, bei uns wurde öfter mal rechtwinklig gesagt, weil es einfach sowas Typisches ist, es geht halt dann im rechten Winkel runter. Und finde ich jetzt nicht schlimm, wenn man das dann sagt, dass man sagen muss, du musst nochmal von vorne anfangen, weil du rechtwinklig gesagt hast, aber das macht es etwas komplizierter, also wenn man tatsächlich genau nach Regeln spielen will, dann ist es ein bisschen schwierig, sich zu behalten, was man jetzt eigentlich sagen darf und was nicht. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber da sind wir halt drüber gestolpert. Und das Zweite ist, von den Begriffen her, es gibt ja immer den vermeintlich einfachen Ein-Punkte-Begriff und den schwierigeren Zweipunkte-Begriff, aber es hat sich bei uns herausgestellt, dass es Karten gibt, wo wir einfach beide Begriffe extrem schwierig fanden, wo dann auch klar war, da kommt keiner drauf. Es gab Karten, wo wir den Zweiten deutlich einfacher fanden wie den Ersten und wo es dann auch so war, dass den fast alle erkannt haben und dann eben die Person, die das beschrieben hat, richtig viele Punkte bekommen hat, weil sie ja für jeden dann zwei Punkte kriegt. Zum Glück ist es ein bisschen gedeckelt, sodass es nicht zu viele Punkte gibt und klar ist, die Person wird direkt schon mal gewinnen. Aber da gab es eben halt auch Karten, wo der Zweipunkte-Begriff deutlich einfacher war wie der Ein-Punkte-Begriff. Das fand ich so ein bisschen seltsam, wie das hier ausgewählt wurde. Vielleicht hätte ich es da besser gefunden, wenn man irgendwie einfach beide Begriffe gleichwertig zur Auswahl gehabt hätte. Sowas ist natürlich einzustufen, stelle ich mir immer schwierig vor, weil es auch so ein persönliches Empfinden ist, was jetzt einfacher und schwerer ist. Ich zum Beispiel fände jetzt Ente schwieriger als Fallschirm, aber vielleicht spielen andere Faktoren mit rein, dass Fallschirm eine Form hat, die vielleicht auch noch viele andere Dinge hat und eine Ente irgendwie eher eindeutig ist oder irgend sowas. Also da weiß ich nicht, wie die das festgelegt haben, aber für unser Empfinden war es manchmal genau andersrum von der Schwierigkeit oder man hat gesagt, egal welches ich von den beiden zeichne, es wird eh keiner erkennen. Und so war es dann auch. Also da war mir die Konstanz in den Begriffen vom Niveau her nicht gleich genug. Aber dann haben wir manchmal, also wenn da wirklich was ganz Krudes war, gesagt, ja nimm halt eine neue Karte. Ist aber eigentlich nicht so vorgesehen. Ja, ansonsten, wenn man jetzt mal die Sachen ein bisschen einklammert, ist es ein tolles Spiel, was supergut in großen Runden funktioniert. Es funktioniert auch mit weniger Spielern. In großen Runden dauert es natürlich einen Ticken länger, weil jeder einmal natürlich auch drankommen möchte und drankommt mit der Beschreibung. Und das ist einfach eine Mods Gaudi und macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist flott gespielt. Es ist immer sehr, sehr lustig. Natürlich gibt es immer bei solchen Spielen Leuten, die sich da unwohl fühlen, weil sie sagen, ich kann nicht so gut zeichnen oder ich kann nicht so gut erklären. Für die ist das Spiel dann wahrscheinlich eher nichts. Aber die, die sich gerne auf sowas einlassen und sich auch nicht schämen, dass ihr Bild irgendwie dann komisch aussieht oder so, weil es sieht ja dann auch bei allen irgendwie komisch aus. Für die ist das richtig lustig und macht sehr, sehr viel Spaß und wieder ein tolles Spiel vom PD Verlag. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.